So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Zelda Twilight Princess und heute starten wir mal in den Tag mit einem wunderschönen Tempel und hier geht's nicht hoch. Und da geht's auch nicht hoch scheinbar. Nö. Nö, ich glaub hier kommen wir nicht hoch. Gut, wo ging's jetzt weiter? Weiß ich grad. Ach, da ist ein Geist, warte mal. Ach, warte mal, Midna, wo's denn? Ach, da ist Midna. Zum Wölferden. So, da schauen wir mal. Und da haben wir doch schön. Da oben ist doch schon wieder einer. Ja. Du blödes Mistvieh. Stirb, du Elender. Dankstöß. So, hab ich dich endlich. Ha, du erhältst eine Geistersäule. Wie viel hab ich eigentlich schon? Ähm, zur Menschen werden. Äh, wie viel hab ich schon? Wie viel hab ich? Das war falsch. Geist, ach, 10 hab ich erst. Okay, zurück. Zurück. So. Ja, wo kann ich denn hin? Hier kann ich hin oder da vorne geradeaus? Ich weiß nicht. Ich geh einfach mal hier rein. Mal sehen, was gibt's denn hier? Äh, toll. Ja, ist auf jeden Fall schön hier. Ähm, kann ich mich an die Kiste ranziehen? Ich glaub, das geht nicht, oder? Warte mal, geht das? Ich glaub, in anderen Spielen ging das. Aber hier geht's, glaub ich, nicht in den anderen Zelda-Teilen. Ja, natürlich geht das nicht. Kann ich mich da irgendwo ranziehen? Nö. Warum geht das nicht? Ach, Mann. Na, egal. So. Kommen wir später irgendwie hin, glaub ich. Jetzt, äh, probier ich mal den anderen Raum. Ich glaub, hier geht's nämlich nicht weiter, so wie's aussieht. Gucken wir mal hier. Mal sehen, was hier ist. Oh. Ja, bist du? Oh. Verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Hast du eine Erkältung, oder was? Hallo. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir den... Haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen? Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Du erhältst die Karte des Anwesens. Drücke eins oder zwei... Ja, ja, okay, grüne Räume, bla, also die Dungeon-Karte praktisch. Das Fieber vernebelt meine Stimme. Äh, Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Okay. Gut. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Okay, dann gehen wir da einfach mal hin. Oh, da bist du ja. Meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Ist krank, seit der Spiegel im Haus ist. Deshalb koche ich ihr... Ihr... Ich... Deshalb koche ich ihr jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle der Soras sind die besten. Isst du auch davon, wenn du erschöpft bist? Das macht dich wieder frisch. Schrei doch nicht so, verdammt. Ich kann eine Flasche damit füllen, aber... Ich glaube, ich kriege doch hier bestimmt auch irgendwo Herzen. Naja, schauen wir mal. Im Moment noch kein Bedarf. Ne? Was bist du? Ein Schalter? Ach, schau eine an. Sieh mal eine an. Und jetzt kann ich bestimmt hier greifen und schieben. Aber so landet das Ding ja gar nicht auf dem Schalter. Das ist natürlich doof. Was ist denn hier? Ach, nix. Oder ich schiebe mal so. Und das geht dann bis dahin. Ja, was musst du da legen? Schieben. Schieb, 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 schieb. Scheiße. Boah, ich bin eingefroren. Alter, wie viel Leben das klaut. Ich hab da einfach gegengerutscht. Was mach ich denn drauf? Ist ja schlimm. So, was bringt das jetzt hier? Warte. So, jetzt ist die Tür offen. Okay. Bestimmt komm ich da wieder nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich auch die andere Tür öffnen, ne? Ich weiß bloß noch nicht, ob das überhaupt geht. Weil da war ja eine Eisstatue drüber. Apropos. Äh, mit na. So, dann schauen wir mal. Jetzt können wir uns hier durchwühlen. So was. Was? Oh. Ach, wie süß. Ein Schloss in Form eines Herzens. Och, wie niedlich. Das ist ja toll. Das gefällt mir nicht. Nein. Also, weiß ich nicht. Passt natürlich. So was. Was, eine Kanone? Das ist ja... Warte, eine Truhe. Uah. Wölfe. Wenn ich ans Eis rankomme. Ach, Mann. Lass mich einfach diese Truhe hier öffnen. Ha, 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 ha. Hier ein roter Rubines. Ich kann nicht mehr tragen. Scheiße. Ach, ich geh einfach mal weiter. Kann ich gar nicht. Muss ich zum... Warte mal, nee. Zurück nochmal. Was bist du denn hier? Warte mal, ich hab da doch gerade was... Mann, diese Drecksfücher... Ich krieg die einfach nicht. Die sind so schnell. Na also, geht doch. So, jetzt. Ich droppen auch keine Herzen dafür, aber einen Rubin, den ich nicht tragen kann. Dann, toll. Gucke mal. Was denn... Was ist denn das da? Öffnen. Jetzt einen kleinen Schlüssel eröffnen. Die Türen allerdings nur hier. Okay. Wunderbar, dann. Muss ich jetzt nur zu Menschen werden. So, hier. Ist doch was Tolles. Bestimmt. Wah, ich rutsche. Ich rutsche. Hilfe. Ähm... Nanu, tust du? Natürlich nicht. Ach, du Heilige. Kann man die tot machen, irgendwie? Ich glaube nicht. Ups. Alter. Gleich tot. Was? Boah. Puh. Das war... Fies. Was zur Hölle? Ja, natürlich noch einmal. Ne, ich möchte jetzt natürlich mit dem Spiel aufhören. Jetzt fang ich halt nochmal an. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Also, die kann man nicht so einfach... Boah, das war knapp. Ich glaube, die kann ich nicht töten. Ich weiß es aber nicht. Ach toll, jetzt ist hier zu. Noch mehr von diesen Viechern. Kann man die töten? Ich weiß es nicht. Das geht auch nicht. Hm. Oh, Mann. Wieder tot. Wie tötet man die denn? Noch einmal, ja. So. Hab ich... Ich hab doch Pfeil und Bogen. Hab ich nicht Pfeil und Bogen? Natürlich hab ich Pfeil und Bogen. Das funktioniert einfach wunderbar. Bleibt doch mal irgendwie stehen, dass ich euch mal... Nee. Ich schieß die nur weg. auch wenn ich die treffe, aber ich schieß die nur weg. Warum kommst du da nicht hoch? Na toll. Ach, Mann. Jetzt sterbe ich hier die ganze Zeit. Was ist denn das? Wie macht man die denn jetzt? Soll ich die überhaupt... Doch, ich muss die doch töten. Ah, ich glaub, ich weiß wie. Okay, Moment. Also, das kannst du jetzt nochmal, bitte. Und diesmal... Äh, Z. Nee, das. So, zurück. Was zur Hölle? Das geht auch nicht. Ich weiß nicht weiter. Was hab ich denn noch? Ich hab Bombenkäfer. Ich hab normale Bomben. Ich hab Flaschen. All sind sie für Boomerang. Lampe wird wohl auch nicht... Würd sie für den nützen. Ich weiß es nicht. Eine Schleuder hab ich noch. Und eine Angel. Und Boomerang. Was soll ich damit? Ähm. Dann mache ich mal... Ich mache mal Kombi aus und mache mal nur das. Keine Ahnung, ob das was bringt. Die eksplodiert ja gar nicht, was? Alter, was ist das denn? Die friert einfach zu. Na toll. Yeah, die müssen sich bloß einmal treffen und ich bin tot. Wie mache ich die denn tot, bitte? Ich habe da schon drauf geschossen und das geht auch nicht. Willst du mich verarschen, du Spiel? Ja, natürlich noch einmal. Ich komme leider hier auch nicht raus. Ich muss die wahrscheinlich auch tot machen, oder? Muss ich die überhaupt tot machen? Ich weiß es nicht. Zumindest komme ich hier nicht weiter so. Hier sind Waffen an der... Na, wunderbar. Lololololo. Das kann sich jetzt nur hinziehen. Zumal... Das ist ja... Noch einmal, natürlich. Ich würde die jetzt mit der Lampe schmelzen, aber ich vermute, das funktioniert nicht. Wow. Hilfe. Wir sind zu schnell. Wo sind sie? Da sind sie. Ich konnte da nicht... Wie ging denn Stechen, ey? Das war Sprung. Stechen ging, glaube ich, auch... Oh, geht das gar nicht hier. Na toll, ich bin schon wieder tot. Mann! Alter, was ist denn das? Ja, was soll ich denn machen? Liebes Spiel, Midna hast du nie... Ich frage jetzt mal Midna. Noch einmal. Kann die mir vielleicht was sagen? Mit Midna reden. Ja, ja, mit Karte... So, 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 so... Okay, jetzt sind wir noch... Ja, ach echt. Jetzt bin ich aber hier. Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Willst du mich verarschen? Alter, ich muss dich doch irgendwie töten können. Das ist einfach nicht wahnsinnig. Ich kann ja auch nicht zurück, nee. Das geht nun mal nicht. Mann, ich hab doch gehauen. Ach. Alter. Hä, sag mal. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden, dass sie mich einmal treffen und ich dann tot bin. Sag mal, das ist ja... Kann ich vielleicht, wenn ich... Das bringt alles überhaupt nichts. Ich schlage die nur weg und dann schließe ich mich selber ab. Sag mal... Ich hab doch jetzt schon alle Items durch. Wenn ich die anvisiere und schlage, dann macht er nur von... Dann schlägt er von oben. Okay. Hab ich jetzt einen getötet? Nee, ich glaub... Doch, das hat sie... Ach, krass. Ich muss die einfach mehrmals treffen, oder was? Ist ja... Zu einfach. Ich dachte, ich musste jetzt irgendwie... Ist ja... Ach Gott. Ja. Also, so viel dazu. Ach, du Heilige. Also, ich dachte, bei Mario kannst du fehlen. Aber bei Zelda? Also, das... Äh, das weiß ich auch nicht. Da ist... Oh, die Truhe. Die Truhe. Yeah. Eine Truhe. Aber das sieht hier nicht allzu gut aus. Bestimmt kommt jetzt irgendwas Fieses. Natürlich. Bitte was? Alter, was? Na, wunderbar. Aua. Wenigstens friere ich mich nicht ein. Mistviecher. Ah, 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 ah. Mach doch mal die Wirbelattacke. Mach der nicht. Achso, ich muss... Nee. Ich muss nur einen Nunchuk schütteln. Okay. Ich will mal beide schütteln. Ich weiß nicht, warum. Mann. Wie ging auch mal der Schildschlag eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen. So, jetzt kriegt er wieder durch. Wunderbar. Na, siehste. So. Geht doch. Jetzt habe ich noch zwei Herzen. Wow. Ein Traum. Echt. So, was ist hier drin? Ach schön, ein Ordonkürbis. Dieser Kürbis stammt aus deinem Heimatdorf Ordon. Wie kommt der hier her? Was ist... Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Ein Ordonkürbis. Wie kommt ein Kürbis aus Ordon hier hin? Ich frage gar nicht erst. Und was macht der andere Schalter hier? Kann man den aktivieren? Wofür komme ich jetzt hier durch? Hilfe. Ah, hier kann ich rüber. Hier ist doch... Da ist doch noch ein Schalter drunter. Aber den muss ich erst irgendwie... Da kann ich glaube ich nicht gegenschlagen. Ich glaube, den muss ich erst schmelzen können. Irgendwie. Ich gehe nochmal zurück. So. Ach du hier. Ich brauche mal Suppe. Warte mal ganz kurz. So. Ich mache gleich mal da und da und da. Und ach komm, machen wir alles voll mit Suppe so. Dann kann ich mich da gleich... Ach nee, warte, warte, warte. Erstmal rede ich mit der. Ich glaube, dann füllt die Suppe mehr auf, wenn ich... Wenn ich den Ordonkürbis hinzufüge. Oder wenn er den Ordonkürbis... Was mache ich denn da? Wenn er den Ordonkürbis hinzufügt, dann bringt die Suppe glaube ich mir Herzen ein. Von daher warte ich erstmal noch. Und suche den richtigen Weg, der hier ist. So. Na toll. Hallöchen. Hast du ihn gefunden? Hm? Ein Kürbis. Wie kommt der denn hierher? Ja, das frage ich mich auch. Oh, Entschuldigung. Mein Mann ist gerade in der Küche. Würdest du ihm wohl den Kürbis bringen? Ich werde versuchen, mich irgendwie zu erinnern. Also wieder zurück. Hey. Na Digga, was geht? Reden. Reden. So. Welches Aroma wäre wohl am besten? Hm. Kürbis. Hast du einen Kürbis? Aua. Ah, ein Kürbis. Danke. Probier doch mal. Aber gerne. Ich nehme nur gleich. Hallo, füllen. Füllen. Yeah. Du füllst normale Suppe in deine Flasche. Sie riecht süß nach Kürbis. Ach echt. Füllen. Vier Herzen. Bla. Okay. No, no, no. Noch mehr füllen. Noch mehr füllen. So. Okay. Hier sehe ich süß nach Bla 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 Bla. So. So viel dick. Ja, ist ja gut. Mein Gott, dass man sich überspringen kann. Hallo. Ich kenne das schon. Ich habe das schon zehnmal gelesen. So. Warte. So. Und jetzt? Ja, ja. Du füllst normale Suppe in dein Bla. Bla. Du trinkst die Suppe. Sie füllt vier Herzen wieder auf. Und. So, jetzt aber. Hm, lecker. Suppe. Hm, lecker. Suppe. Ach, schön. So, jetzt kann ich ja mal wieder hier. Ich glaube, mich zu erinnern. Vielleicht in diesem Zimmer. Ja, bestimmt nicht. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Wäre ja zu schön. Okay, ach so, zurück. Würdest du bitte noch einmal nachschauen? Natürlich. Ach, Mann. Na gut. Den schauen wir mal. No, da schauen wir mal. Wow, ha, 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 ha. Hilfe. Diese Dreckswicher. Die sind einfach zu schnell. Die krieg ich die gar nicht. Vor allem bin ich jetzt im tiefen Schnee da. Bin ich auch. Hat er schon tot? Jetzt, komm. Raum zu, Papi. Jetzt lauf du nicht weg. Wah, ha, 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 ha. Hilfe. Ach, komm, weißt du. Ist mir jetzt auch egal. Was? Ich brauche einen Schlüssel. Ah, ich habe keinen Schlüssel. Na toll. Wie praktisch. Ich mache mal folgendes. Hatte ich nicht einen Schlüssel? Den habe ich schon verbraucht, ne? Wah, Hilfe.